Hallo, da sind wir wieder, Pippo und Gitte. Wir spielen Black Mirror 3. Deren ist hier entführt worden, und zwar in dieses Leichenschauhaus, das ehemalige von dem netten Heinz Hermann, diesem Arzt. Ja, muss es wohl sein. Den Kommilitonen von seiner Ärztin, seiner, was ist sie eigentlich, Ärztin? Psychologin, Psychiaterin, irgend so was. In der Richtung, Hirnklempner. Müsste man sich auch mal überlegen, wie sie den Typen richtig gut kannte. Okay, so, wir haben jetzt dieses Ding hier entdeckt, diesen Projektor. Und dann, ja, gucken wir mal. Ist die Leinwand jetzt oben oder unten? Keine Ahnung. Ich glaube, sie ist unten, oder? Kann man so schlecht sehen, ne? Ja, jetzt ist sie unten. Gut. Ja, dann legen wir mal das Farbfilter ein, hä? Ja, da ist es. Mach rein. Beim normalen Durchlauf haben wir ja nichts gesehen. Ich habe den Farbfilter vorne am Projektor montiert. Jetzt kann man sich Filme in bunten Farben ansehen. Na, ist doch schön. Na los, mach an. Ich sehe mir den Film nochmal an. Ja. Diesen außerordentlich spannenden Film. Ja, der ist wahnsinnig spannend. Es ist ein Felsen. So, jetzt kann man hier die Filter davor machen. Ja, das macht es viel spannender gleich. Ups, ist so spannend. Aber ich habe schon ein bisschen rumgeübt. Deswegen können wir uns die ganzen tausend Kombinationen sparen, die nichts bringen. Und ich habe festgestellt, gelb-rot ist die Kombination. Durch eigenes Üben. Aber so schlimm ist es ja eigentlich auch nicht. Nö. So schrecklich viele Filter sind es drin. Aber es ist ganz schön lästig. Vor allen Dingen dauert es, bis man die Farben alle durch hat. Ja. Und manche Farben kann man kombinieren. Das hier zum Beispiel geht nicht. Aber gelb-rot geht. Das rot bleibt stehen. Bleibt stehen? Gibt es ja gar nicht stehen. Hm? Ach so, na, okay. Ja, man kann zum Beispiel blau und grün kombinieren. Aber wenn ich rot mache, dann bleibt das grün stehen. Und wenn ich gelb mache, dann geht das grün aus. Also man hat jede Menge Möglichkeiten, sich den Film tausendmal anzugucken. Genau. Das haben wir aber nicht gebraucht, oder? Das hast du irgendwas nicht so lange musstest du jetzt nicht rum. Gefühlt, ja. Experiment, ja. Also tatsächlich müsste es dann auch den Film immer durchlaufen lassen, diesen Film. Halt, da war was. Genau. Auf Einzelbild und zurück. Da ist es. Genau. 21, 80. Aha. 2, 1, 8, 0. Genau. Eine vierstellige Zahlenkombination. Genau. Dieser Fill ist ein richtiges Schlitzrohr. Keine schlechte Idee, eine Zahlenkombination in einem Film zu verstecken, die auch nur mit einem speziellen Farbfilter sichtbar ist. Ja. Ja. Ohne Farbfilter oder mit anderen Farben hat man auch gar nichts gesehen. Nee. Äh, wie war die Kombination? 2, 1, 8, 0. 21, 80 war das. Ja, die Zahlen auf dem Film, die Kombination für diese Kiste sind dann. Dann, genau. Ein Briefumschlag. Brauchen wir auch nicht mal zu machen. Stimmt's. Wir haben sie ja gelesen. Dann lies mal. Wie ich bereits sagte, kann ich mit dem Foto nichts anfangen. Die Betreffende hat das Dorf anscheinend verlassen und ist somit für mich nicht mehr von Interesse. Sie haben mir bereits zu viel Geld für die Feuerbilder abgeknüpft. Schluss damit. Ich habe einen neuen Auftrag für sie. Nach meinem Erkenntnisstand wird der Feuerteufel im Laufe der Woche freigelassen. Er ist eine tickende Zeitbombe, die jederzeit wieder hochgehen kann. Vielleicht können wir dabei ja auch ein bisschen nachhelfen. Überwachen Sie ihn. Lassen Sie ihn nicht aus den Augen. Ich will alles, was er tut, dokumentiert haben. Weitere Anweisungen folgen. M. Das scheint Murray. Würde ich sagen, Murray, oder? M. Kann eigentlich nur Murray sein. Und nach dem Inhalt, ja. Würde ich sagen. M. Sag, guck mal. Ja, ihm ist das auch schnell aufgegangen. Ist wohl jedes Mittel recht. Das wird konsequenznah. Ich muss ja einiges ertragen, aber das geht wirklich zu weit. Ja, der Typ. So, und dann dachte ich mir, können wir uns mal um die Gegensprechanlage kümmern. Probieren wir mal mit dem Skalpell. Kassettenspieler? Das Kabel vom Kassettenspieler abschneiden. Ach ja, stimmt. Der fehlt noch ein Kabel, oder wie? Gar nicht gesehen, dass da eins dran ist. Aber natürlich bin ich auch nicht der. Jetzt habe ich ein paar Drähte. Na gut, dann benutzt doch mal die paar Drähte. Mann, warum geht das eigentlich immer weg, wenn man... Ja, weil es zu viel in der Tasche war. Ja, gut. Wenn ich Kopierer reparieren kann, dann ist so eine Gegensprechanlage ein Kinderspiel. Na bitte, ich habe es doch gesagt. Jetzt kann ich theoretisch Phil runterlocken. Ah ja, aber dazu... Ich glaube, ich speichere mal. Das würde ich auch machen. Aber dazu müssen wir erst mal hier den Typen befreien. Aber wie kriegen wir den raus? Kein Wunder, dass ich die Tür nicht öffnen konnte. Das Vorhängeschloss sieht stabil aus. Ja, äh... Du musst erst mal, du meinst, du musst die andere... Nee, die Leiche nicht. Die Leiche befreien brauchen wir nicht. Nee, die Leiche brauchen wir nicht. Da ist noch jemand anders, von dem wir annehmen, dass das Ralph ist. Ja. Da ist noch jemand in dem Fach. Aber ich weiß nicht, ob wir ihn jetzt... Hm... Ob wir ihn jetzt rausholen sollen? Brauchst du denn? Wir hatten... Ich würde ihn jetzt nicht befreien. Ich würde jetzt mal mich um Phil kümmern, oder? Achso, du wirst dann abhauen, wenn du... Wenn du jemanden kommen kannst hier. Und da meinst du, wäre es besser, wenn... Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also, ich nehme an, das ist Ralf, der da jetzt hier... Ja, es würde mich nicht wundern. ...wo schwer atmend in diesem Fach, der liegt in diesem Kühlfach. Also, ehrlich, was für schlimme Typen. Aber wir müssen ihn ja erst mal rauskriegen. Wie kriegen wir das Schloss auf? Weiß ich nicht. Verflixt. Und fehlt der Schlüssel. Vielleicht hat aber den Schlüssel der Typ in der Tasche. Hä? Dieser Phil. Okay. Ja, gut. Dann rufen wir ihn mal, ha? Ja. Und du meinst, du willst ihn mit dem Knochen dann zusammenschlagen, oder wie? Ja, dachte ich, könnte man mal versuchen, ha? Ja, also verdient hätte er's. Dann könnte ich Phil rufen. Aber ich sollte vorher einen Plan haben, was ich mit ihm mache, wenn er wirklich hier erscheint. Ja, du solltest das Ding hier schon mal bereitlegen. Nee, so nicht. Nee, mit dem Knochen kann ich nicht. Äh, nee. Willst du ihn alles ausmachen, das Licht, damit du in dem Dunkeln dann K.O. schlagen kannst, oder wie? Na ja, den Projektor würde ich ausmachen, oder? Oder wir lässt ihn an, damit du Licht hast. Aber dann hat Phil ja auch Licht. Ja, ja. Eigentlich sollte man dunkel machen, ha? Na ja, das würde ich jedenfalls... Also wenn er es nicht machen will, dann würde er es sagen. Das ist ja das Gute in dem Spiel. Dass er schon sich weigert, bestimmte Sachen zu machen. Dass er sagt, blödsinnig, mache ich nicht. Da geht er nur da hin. Aber da ist nur mehr die Gegensprechanlage. Und den Projektor kann man auch nicht mehr ausmachen, oder? Na dann nicht. Warum eigentlich nicht? Normalerweise könnte man das da. Äh. Na gut, wenn nicht, dann eben nicht. Was willst du mit der Natur machen, mit dem Projektor? In Blenden. Aha. Wenn man das Licht schon nicht ausmachen kann, dann können wir den Projektor auf die Tür richten. Ja, gute Idee. Siehste, er macht sogar. Hervorragend. Stimmt. Das lässt dir Zeit. Ja. Das andere Licht, das lassen wir an. Naja, der sieht ja nichts. Wenn er den Projektor voll ins Gesicht kriegt, das sieht er nichts mehr. Das andere ist auch nicht so hell. Ja, gut. Äh, speichern. Speichern. Ja. Ein Gedanke. Okay. Es kann losgehen. Ja, dann nimm deinen Knochen. Stimmt. Da habe ich wohl die Drähte falsch angeschlossen. Aber das sollte... Ich höre Schritte. Ja. Nimm den Knochen. Hat er. Na, du Kleiner. Was soll die Scheiße? Mach das Licht aus! Nö. Hau ihn. Pack ihn ins Kühlfach. Lass ihn da schmoren. Genau. Der ist erstmal ausgenockt. Von mir ist keiner ausgenockt bleiben. Ja. Das ist halt ein schlimmer Typ. Aber das hier sollte ich besser an mich nehmen. Ja. Auf jeden Fall. Ah. Schlüssel wollen wir auch anmachen. Oh. Vorhängeschloss. Ja, genau. Dieser Schlüssel passt. Ja, dann mach auf. Oh nein. Das ist Ralph. Verdammt. Das hat viel mit ihm gemacht. Ja. Er hat ihn... Sein Oberkörper mit Schnitten übersät und... Oh Mann. Wie kann man sowas machen? Dieser miese Bastard, Phil. Dafür wird er bezahlen. Wir müssen es... Ralph? Ralph! Keine Chance. Ralph scheint mich nicht zu hören. Anscheinend wurde er mit irgendwas betäubt. Dann müssen wir... Ich muss versuchen, ihn aufzuwecken. Na ja, es ist ja kein Riechsalz drin mehr. Gute Idee, aber die Flasche ist leer. Damit bekomme ich Ralph sicher nicht wach. Hm. Also, das hast du in der Tasche. Guck doch mal. Riechsalz ist schon eine gute Idee. Wir hatten doch das Chemiebuch. Ein Chemiebuch. Von 1972. Ja. Vielleicht ja trotzdem nützlich. Dann nehmen doch mal. Aber mehr sagt er nicht. Äh... Das... Meinst du, wie man das herstellt oder so? Nee, Quatsch. Wo ist denn jetzt das Chemiebuch? Daneben. Neben dem, da hier. Da. Das war genau daneben. Vielleicht finde ich einen Hinweis über die Zusammensetzung. Wo war das denn jetzt noch? Da steht was. Geriebenes Hirschhornmehl erhitzt. Ach, haben wir doch nicht. ...kristallisiert sich zum sogenannten Riechsalz. Das sollte nicht so schwer sein. Ja, und? Hä, hä. Und wo haben wir das? Hat mir irgendjemand hier einen Hirsch? Wohl eher nicht, ja? Ich habe nirgendwo einen Hirsch gesehen. Auf dem Schreibtisch. Nee, da ist zwar ein Bunsenbrenner, aber kein Hirschhorn. Was haben wir denn in der Tasche? Guck mal, was wir in der Tasche haben. Tageboden. Tageboden. Nein, das würde ich ja wohl kaum sagen. Kamera, Karte, Bleistift, Visitenkarte, Feuerzeug, Zimmerschlüssel, Mr. Bubby, Sticker, Stockpfeile, Wasserkarte, Zettel, Medikamente. Ja, das sind doch seine Anti-Hallusionations-Dix-Bubs. Leeres Riechsalz, Skalpell. Geh doch nicht immer weg, blödes Teil. Ja, tot drin. Hier, was ist da hinten? Das ist neben dem Skalpell? Neben dem Skalpell? Ja, bitte los. Die Zigaretten. Hä? Ich glaube nicht, dass er aufwacht, weil wir eine Zigarette rauchen. Na, rauchen? Keine Ahnung. Wir schießen mal. Vielleicht wacht er dann auf. Ich habe auch schon mal besser gestattet. Mal sehen, ob wir was finden. Ich sehe nichts, was wir nutzen könnten. Ja, hier gibt es eine ganze Menge Zeugs. Hier gibt es viel, ja. Gucken wir mal. Oh, hier gibt es ja wirklich verdammt viel. Na, ein Kabel ist ja ganz günstig. Der Festigung für ein Kabel sieht aus wie ein riesiges Hufeisen. Ja. Tja. Kaputte Treppe? Nee, wohl kaum. Ja, ich gucke mir jetzt alles mal an. Ja, wenn wir es übersetzen gehen. Keinen Weg hoch. Spiegel. Müssen wir ihn nicht haben. Der ist kaputt. Sowieso. Zersplittert. Kein Wunder bei Filz Visage. Hier ist der Spiegel geplatzt. Voll Schreckt. Gerümpel. Naja, aber keine Ahnung. Es gibt sogar ein paar original verpackte Videokassetten dabei. Aha. Hirschkopf. Na. Nehmen wir ihn mit. Gehen wir wieder nach oben. Die wichtigste Zutat für mein Lichtsalz hätte ich damit. Ja. Na. Brauchen wir noch mehr? Nee. Pfeile. Pfeile. Mit Hirschgeweih müsste doch gehen, oder? Sorry, Bambi. Tut auch bestimmt nicht mehr weh. Nee. Läst ja sowieso hin. Und ein Bambi war es auch nicht. Naja, doch. Als das Kleine war. Na gut. Nichts wie zurück. Ich hoffe, Phil schläft noch gut. Ja. Da sollte er besser schlafen. Sonst kriegt er nochmal eins aufs Haupt. Da habe ich keine Skrupel. So. Hirschhornmehl und das? Bunsenbrennen. Nein. Nein. Ja. Aber irgendwo einen Behälter? Ja, das Hirschhornsalz. Das leere Ding hier. Vom Hirschhornsalz. Den Behälter. Leere Fläschchen. Das. Nee. Naja, vielleicht musst du erst mal das Hirschhornsalz in das Fläschchen packen und das dann auf den Bunsenbrenner. Das. Wäre auch eine Möglichkeit. Ich habe keine Ahnung. Nein. Gut. Dann umgekehrt. Auch nicht. Nein. Gucken wir nochmal, wie das gemacht wird. Auch nicht zum Chemiebuch. Hä? Feuerzeug. Ach so. Ich schätze, wir müssen erst mal den Bunsenbrenner in Gang setzen, bevor irgendwas passiert. Ja, das war schon mal der richtige Ansatz. Denke ich. Muss man den anschließen irgendwie? Macht er nicht. Man muss ihn doch mal anzünden. Ich will nicht das ganze Gas verschwinden. Sagtest du bereits mal. Ja. Aber macht er nicht. Was soll man denn da machen? Ich glaube, Papier nützt ja auch nichts. Aber das finde ich schon komisch, dass man das nicht in das Fläschchen reinpacken kann, das Hirschwammsalz, oder? Du musst doch irgendwas abreiben, ne? Ne. Draufschießen dürfte nicht viel bringen. Das geht nicht. Perfekster Pfeffer. Gucken wir mal rein. Was ist denn da drin nochmal? Nix. Ne, nix. Da drin noch. Eieiei. Das gibt's doch nicht. Ja. Also. Ich denke schon, dass man gucken wir nochmal ins Chemiebuch rein. 1972. Vielleicht ja trotzdem nützlich. Tja. Kann man auch mal das Ding draufpacken und mal gucken, was er da sagt? Das aufs Buch, damit man das nochmal lesen kann an der Stelle, oder kann man das nicht mehr? Vielleicht finde ich einen Hinweis über die Zusammensetzung. Vielleicht fehlt ja noch was. Ja, das hatten wir. Tatsache, da steht was. Geriebenes Hirschhornmehl erhitzen, blablabla. Ja. Ja. Kristallisiert sich zum sogenannten Riechsalz. Ja. Das sollte nicht so schwer sein. Ne. Okay. Unser Problem ist nur das mit dem Erhitzen, ne? Ich will nicht das ganze Gas verschwinden. Ja, aber er macht's doch nicht mit dem Feuerzeug, verpflegst. Das ganze Gas verschwinden. Außerdem müsstest du das ja auch irgendwo reinpacken. Du kannst es nicht, in das Hirschhorn soll es da raufpacken, einfach so. Aber wir haben doch nichts. Gefäß packen. Ich meine, ich dachte, das wäre irgendwie ein bisschen krümelig. Na los, komm her. Ich habe doch alles durchprobiert mit dem Bunsenbrenner. Na gut. Das ist lästig, dass das immer verschwindet, wenn wir da rüber gehen. So, versuch das nochmal da reinzupacken, in die Flasche. Das geht nicht. Geht nicht. Gut. Nein. Umgekehrt geht's ja auch nicht. Gut. Nein, das sowieso nicht. Geht nicht. Auch nicht. Ich bin zu dämlich. Das muss doch irgendwie gehen, wenn er sagt, Hirschhornsalz erhitzen. Ja, das kannst du aber nicht so erhitzen. Vielleicht müsstest du einen Teller nehmen oder irgendwas. Vielleicht muss es aber eigentlich nicht. Denn ich meine, das muss ja in die Flasche rein. Gibt es da eine Flüssigkeit, Wasser vielleicht, was man noch nehmen muss? Ach, na das ist doch viel besser, als auf den Ziebfeil zu gehen. Vielleicht braucht man Wasser dafür oder irgendwas auch? Davon war nicht die Rede. Es steht nur von Erhitzen. Gut. Aber so wie das aussieht, dieses Ding da oben, dieser Bunsenbrenner, das da, sieht das aus, als ob man da was draufstellt. Ja, normalerweise stellt man da was drauf. Man stellt ja nicht einfach Hirschhornsalz drauf, dass das einfach so rumkrömelt. Und das im Grunde genommen eigentlich... Okay. Vielleicht finden wir da draußen noch was. Gucken wir mal. Ich hoffe, der Phil schläft gut und fest. Ach, der schläft so lange, bis wir das gemacht haben, was wir machen müssen. Das will ich schwer hoffen. Nicht, dass wir den Knochen noch über den Kopf kriegen. Dann gucken wir uns mal weiter um. Hier ist eine Blase. ... das Gehirn aufgeweicht ist. Hier scheint es reinzuregnen. Ja, na ja. Hier ist eine Beschriftung. Vielleicht kann man auch irgendwo einen Blaschen nehmen, was man runterpackt. Der Rest ist leider nicht mehr lesbar. Ist ja klar, morg. Das wissen wir auch. Flaschen. Vielleicht kann man eine Flasche von denen hier nehmen. Mann. Probier's mal. Eine leere Plastikflasche. Plastikflasche? Was sagt mir, dass ich die noch brauchen werde? Gut, guck mal. Aber eine Plastikflasche auf dem Funzenbremse? Das gefällt mir ja nicht, der Gedanke. Ja, der Gedanke mit der Plastikflasche gefällt mir auch nicht. Aber pff. Das weiß ich. Das wäre aber etwas schräg, ja? Naja. Probier's jedenfalls. Aber ich hätte es unten schon ausprobiert. Dann hätte ich nicht noch mal runtergemusst. Und unser Vogel lacht. Der ist schon gut. Nein. Ich will nicht das ganze Gas verschwinden. Ja. Macht er nicht. Und die Plastikflasche stellt er auch nicht drauf, oder? Nö. Die hast du doch gerade gehabt, die Plastikflasche. Ja. Aber er stellt sie nicht drauf. Gut. Er weigert sich, die da drauf zu stellen. Wäre ja auch komisch. Eine Plastikflasche, auch ein Bunsenbrenner. Weiter kommen. Hier ist eine ganze Menge ein Post-it. Dürfte uns auch nicht viel helfen. Hier steht, wenn du, Idiot, mal wieder das Passwort vergessen hast, fällt es dir beim Reingehen wieder ein. Gut. Interessiert uns später. Gute Idee. Ich spiele hier Computerspiele, bis Phil wieder zu sich kommt und mich dann K.O. schlägt. Nein, ich sollte mich erst um die Dinge im Keller kümmern. Ja, das kümmern wir uns. Das machen wir jetzt. Ja, ist ja gut. Diskette. 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 Eine Diskette. Was da wohl drauf? Ja, das werden wir uns noch für angucken, aber nicht jetzt. Hast du selbst gesagt? Genau. Das werden wir später machen. Schublade. Tja, abgeschlossen. Ja. Haben wir einen Schlüssel? Wir haben doch einen Schlüsselbund. Gucken wir doch mal. Da. Da. Ach du Heilige. Was ist denn da? Noch mehr Waffen. Eine Pistole. Jede Menge Munition und Messer. Billig Messer. Die billigsten und hässlichsten weit und breit. Aber eine Schusswaffe könnte vielleicht nützlich für mich sein. Ja, der weiß er nicht. Na, 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 na. Ja. Na ja. Wenn man ihm zum... Man... Was mach ich denn hier? Hab ich den Verstand verloren? Genau. Ja, ja. Ich kann doch nicht mit einer Pistole rumlaufen. Aber ich will sie auch nicht hier lassen. Ja, du wirst dann... Ja, gut. Die Munition steck ich auch ein. Ja. Kannst hinterher her schmeißen. Aber das ist alles... Eine Halskette. Ja. Sieht wertvoll aus. Bestimmt geklaut. Die nehme ich mit als... Die nehmen wir mit. Ich weiß, wie man die geklaut hat. Phil wird es verschmerzen können. Die hätte doch garantiert zwar, wäre er selber geklaut. Na klar. So. Weiter. Genau wie in meinem Studium. Na ja. Ja, gut. Computer, Post-it. Ja, gut. Hier Kabel. Phil scheint ein richtiger Nerd zu sein. Hier liegen überall Kabel und elektronische Geräte. Hey, Moment mal. Dieses Kabel hier führt von dem PC oder den Schrank. Wozu soll das denn gut sein? Tja. Tja, keine Ahnung. Bequemer Sessel. Phil ist Porno-Fernsehsessel. Den fasse ich bestimmt nicht an. Äh, äh. Woher weiß er das? Ach so, sind die Pornos da? Ein Haufen Schrott. Alte Radios, Funkgeräte, Festplatten und was weiß ich noch alles. Falls ich mal etwas davon brauchen sollte, ich weiß ja, wo es liegt. Hä? Immer noch. Ein Haufen Schrott. Ja, ja. Das ist jetzt. Genau. Geheimfach gucken wir doch mal. Eine Metallklappe in einem Holzschrank. Das ist allerdings merkwürdig. Ich wette, Phil versteckt hier etwas Wichtiges. Darum kann ich mich später kümmern. Zuerst der Keller. Genau. Weiter. Schubladen. Schubladen wollen mit Elektroschrott. Die Vitrine scheint Phil nie angerührt zu haben. Kein Wunder, hier stehen auch nur Bücher und... Das war so ziemlich das Letzte, was es hier anzugucken gab. Mein Mann. Kann man mal sehen. Keine Ahnung von Chemie. Ich muss auch sagen, ich hatte nie Chemieunterricht. Nee. Ich habe mich gleich dagegen entschieden. Ich habe lieber Latein gelernt. Nicht, dass ich noch viel davon weiß, aber... Das war für mich besser. So. Ein Glaskolben. Nehmen wir mal. Packen wir mal hier rein. Ja. Na. Geht doch. Genau. So. Das dürfte reichen. Das Mehl ist im Glaskolben. So. Dann packen wir es mal auf das Ding drauf. Ja. Jawoll. Irgendwo war hier mal ein Feuerzeug. Und geht das jetzt oder nicht? Sieht nicht so aus. Vielleicht muss man den irgendwo einschalten. Ja, ich habe... Es zischt. Ja, jetzt auch. Endlich. Erst das Gas aufdrehen und dann anzünden. Genau, so ist es. Boah, das riecht verdammt penetrant. Ja. Ich fülle es in das Riechsalzflasch. Mach das. Also was die mit Reif gemacht haben, finde ich sowas von... ...auf jeden Fall aufwecken lassen. Ach, mein Kerl, ja. Was lasse ich hier? Wollen wir es hoffen? Nicht zu fassen. Die haben ihn wahrscheinlich entführt. Was? Wo? Das ist nicht Ralfs Hütte. Das ist nicht Ralfs Hütte. Geh weg. Geh weg. Ralf. Lass Ralf in Ruhe. Ralf, alles okay. Hey, alles okay, Ralf. Mr. Barbie, wo bist du? Ja, wir gehen dir, Mr. Barbie. Ja. Ralf, ganz ruhig. Shh. Ralf, ich bin's, Darren. Alles okay. Mann. Da gehen wir, Mr. Barbie. Da ist er. Hier, da ist Mr. Barbie. Siehst du? Alles okay. Mann, das haben die bloß mit ihm gemacht. Ja. Wow. Ralf ist gerannt, als wäre der Teufel persönlich hinter ihm her. Den sehe ich wohl so schnell nicht wieder. Ich glaube, mehr gibt es hier unten nicht zu tun. Zeit, sich umfällt zu können. Ja, und Zeit, Schuss zu machen auch. Hat ja lange gedauert, bis wir endlich mal mitbekommen haben. Dann lassen wir ihn hier liegen. Was wir da brauchen, um hier dieses Riech zu machen. Ja, das war eine schwere Geburt. Zurückung für Ralf, ja. Okay. Okay, bis zum nächsten Mal dann. Bis dann. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.